Abbey, wir haben Code Red. Sieh zu, dass du verschwindest. Code Red. Was? Es geht wieder los. Sie können in diesem Gericht viele anständige Menschen finden. Viele begabte Anwälte. Was sie kaum finden werden, sind Menschen, die beides sind. Einer davon ist Mr. McDeer. Es waren zehn lange Jahre, Louis. Claire kennt nur ein Leben auf der Flucht. Es reicht. Seine Partner wollen eine Strafrechtsabteilung gründen. Ich hab mal rumgehört. Du hast ein paar gute Duftmarken gesetzt. Du gehst zu denen? Denkst du nicht, Tammy und ich sollten das wissen? Pass auf dich auf. Priorität hat nach wie vor die Schadensbegrenzung und McDeer gibt Rechenschaft über alles. Es wird Zeit, dass er die Quittung dafür kriegt, was er ihrem Vater angetan hat. Die Spur führt zu ihnen und ihrer Firma. Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Die töten mich. Wir sollten ihn überwachen. Wir haben schon einen Mann im Einsatz. Uns sollte absolut klar sein. Wenn McDeer je die Wahrheit über diesen Fall rauskriegt, gehen alle hier Anwesenden ins Gefängnis. Runter! 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020